Grüße euch liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei BlaupauseTV. Heute zu einer Analyse und Prognose für 2022. Mein Gast, den seht ihr schon, den muss ich nicht mehr vorstellen, Oliver Janich ist mit dabei. Für diejenigen, die das jetzt auf YouTube gucken, da ist sowieso gleich Feierabend, weil ihr wisst aus gegebenen Gründen, diese Themen, die wir hier besprechen, können wir da nicht mehr senden. Und seit unserem zweiten Strike, den wir ja auch auf YouTube haben, ist es sowieso noch kritischer geworden. Insofern hier nochmal der Hinweis, hier oben eingeblendet, da ist unsere Homepage, dort werdet ihr das Video finden. Ihr werdet das selbstverständlich bei Telegram in voller Länge bekommen, und zwar in 720er Auflösungen und in 1080p Auflösungen. Es wird bei Odyssey erscheinen und für den das immer noch nicht reicht, werden wir auch nochmal einen Google Drive Upload machen. Dort könnt ihr euch das ganze Video dann downloaden. Den Link, wie gesagt, zu all diesen Plattformen findet ihr direkt auf unserer Homepage unter dem Video in der Mediathek. Dort könnt ihr das ganze finden. Also, jetzt umschalten, weg von YouTube und rein zu uns auf die Homepage, da gibt es sowieso immer die besten News. haveils? Das war's.